Bei der Laser-Indukleation der Prostata schälen wir Ihre Prostata von innen aus wie eine Orange, bei der wir von innen das Fruchtfleisch entfernen. Der Angriff führt dazu, dass Sie nach der Operation wieder besser Wasser lassen können. Die OP dauert etwa eine Stunde und Sie sind zwei bis drei Nächte postoperativ bei uns im Krankenhaus.